so ja es ist halt ein blind play und da probiert man dinge aus und wenn es nicht funktioniert funktioniert zeit nicht müsst ihr einfach durch jetzt natürlich könnte in irgendwelche lösungen noch schon sehr total gemacht so 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 Du bleibst verbunden, das ist sehr gut. Ich habe einen riesen Denkfehler, den ich ständig versuche, wie ich ihn verbinden kann. Ich stelle ihn einfach wieder dahin, wo ich ihn gefunden habe. Und zwar hier hinter. Der hat auch so einen Knallschulter. In solchen Spielen gibt es meistens einen, der komplett durchdreht. Das war bei Talos Prinzip so. Ach hier war, ich musste mit dem zweiten Connector dahinter. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es aber dann... Sobald der Strom weg ist hier... Bin ich heute tot? Warte mal dahinter. Ich will einfach nur wissen, ob das irgendwie geht. Ja, geht wunderbar. Warum nicht gleich so? Jetzt kann ich den hier wieder abholen. Oh, das war jetzt... Da hat er diverse Denkfehler. Geht er rein. Geht er durch Glas? Ja, dann geht er. Da liegt der Katze. Na gut. Echt jetzt? Ja, aber eben... Also die... Die Rücksetzpunkte, die sind schon hier. Meistens. Die Rücksetzpunkte, ich habe jetzt den Plan. Um dich rauszukommen, wir schütten die Kör. Als ich früher ging, mein Weg nach da unten war blockiert. Und seitdem ich mich benötet, aber nicht mein Geist, ich konnte nicht über die Obstacle. Als du das Gegenteil hast, du in das Spiel spielst. Die Kör ist sehr delicat. Also, ich werde hier in meinem Kontrollstuhl gestalten. Als mein Assistent, du bist derjenige, der den Kör schützt. Hm. Und ich habe James über diesen Plan gesagt. Hm. Er war sehr stolz. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine gute Idee ist, wenn man den Körn abschaltet. Weil, ähm... Ja, weil halt, ne? You might be wondering why, there are photon connectors inside an office space. Well, morale was low because of the rampant hair loss. So habe ich eine Photon-Fun-Hour implementiert. Während ihrer Freizeit wurden die Arbeit mit den Konnektoren zu spielen. Die Produktivität hat über 12%. Hier. Auch wieder. Du bist hier und dich nehme mit. Ja, nicht schwach werden. Warum kann ich dahinter gehen? Da ist ja nichts. Hier. Okay. Hallo, James hat mich gerade besprochen. Er hat Angst, dass seitdem du das ganze Leben hast, du hast eine zu frage eine Konstitution, um eine Leber zu ziehen. Mal sehen, ob er recht ist. Hat er doch gerade irgendwo verbunden? Ja. Okay. Hier sind Wege. Heißen Wege. Dass er da mit dem Konnektor gehen kann. Ja. Muss ja. So. Wie kommen wir zu dem da rein? Weiß er nicht. Wird's erstmal wurscht. Nein. Wird ein Geheimnis hören? Nein. Die Aperture-Science hat einen Artifische Intelligenz-Prototypen. Sie testen ihn, indem sie die perfekte Kacke-Rezäpe zu eröffnen. Es hat erzielt. Aber die ersten Iterationen dieser Rezäpe haben Neurotoxin als das principale Ingedient. Als menschliche Mensch bin ich mir schuld. Kann er das Teil hier irgendwie wegfahren? Das stört mich nämlich hier. Hier gibt's nix. Hier auch nicht. Hier ist einfach das Teil, das hin und hier fährt. Hä? Ach. Hier kann ich rein. Geh. Alles klar. So. Das Teil wieder da drauf. Das Mineral Inspection Chamber macht mich nostalgisch. So. Ähm. So. 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 So.